von einem herrn Mike Gordon ok den man kennt was nein den man kenne ich nicht was seid ihr was ist das denn es muss sterben ja ist es gestorben das ist jemand was immer schreit oh wir haben eine Shield ist dran gestorben das ist sehr gut hier gehts gut ja dann hört dass du nicht stürfst ja 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 Die Höhlen-Typ ist neu, oder? Ne, der Höhlen-Typ ist bekannt. Aber wir haben, glaube ich, relativ wenig Missionen hier drin. Höhle! Genau das wollte ich... Genau deswegen habe ich ja Höhle gesagt. Jetzt nicht, Höhle, Rotter sagen. Nein, so weit kam ich nicht, Entschuldigung. Fragestellere, das kann ich wissen. Wir sind einfach mal sechs Kilometer nach unten gefallen. Mal schön den Fallenschein richtig ausgenutzt? Ja, klar. Ja. Wir haben keine Schilde, es lohnt sich. Ja, der Bucky ist auch am liebsten. Braucht jemand gerade Modi? Nein. Oh, ich glaube der geht jetzt runter. Oh, das könnte sein. Wer irgendwie ankommt, kann ich hier noch was durch einsammeln. Ja. Ah, Modi ist auch da, sehr gut. Ach, scheiße. Da. Ja, Modi ist frei. Ja, bitte, bitte warte. Noch nicht, noch nicht. Wo ist sie doch zu dir? Na, ich bin doch eh du um die Eckers. Bevor die hier ist. Du meinst, bevor sie da ist, bist du bei ihr? Ja. Es geht los. Okay. Aber jetzt ist es Olli. Dex? Ja. Wie du gerade kacki gesagt hast, das klang nicht deutsch genug. Kacki? Ich habe kacki gesagt. Nein, du hast scheiße gesagt. Ich wollte es kinderfreundlich machen. Ja, du musst aber Dex verständlich machen. Ja. Du hast scheiße gesagt, aber nicht in deutsch. Sei scheiße. What the fuck? Au. Ich bin kein guter Deutscher. Nee, verstehe. Also bin wahrscheinlich ich gemeint. Ja, aufsichtlich. Die German-Kai-Helte, du grüße der Rest. Da geht er nicht. Oh, dieses T-Shirt mit der Katze. Und da steht dann drauf. That's what I do. I burn things and I know the hilarious. Ja. Absolut. Ich glaube, hier muss man gar nicht hin. Glaub ich auch. Aber gut, dass wir hier waren. Jo. Schön hier. Mhm. Gar nicht wahr. Nur die Nachbarn sind nervig. Das ist das nicht. Ja, ein bisschen. Okay. Diese Möbelhauswerbung mit den, mit den französischen Nach-, französischen Urlaub. Hoi. Warum zündest du mich an? Nein. Wollte mal gucken, wo's hier hingeht. Hallo Blacky. Du warst hier offensichtlich schon. Ja, hier ist, äh, Fugel sperrt. Warte. Ich kümmere mich drum. Aha, zum Glück haben wir den Türöffner dabei. Ja, aber... Hinter dir. Eine Richtung. Das andere links. Äh, nicht da. Nicht? Nee, äh, eher so in die Richtung. Warte! Ja, das ist definitiv besser. Ja, das ist dort rausgekriegt. Richtig. Großartig. Das wär aber gut geworden, oder? Ja, das wär absolut gut gewesen. Ja, das wär absolut gut gewesen. Da hätte ich wenigstens verstanden, warum der sauer ist mit ihm seine Arschbruch. Dezent. Das wär gut. Immer wäre, wenn das nicht wäre. Uh, das wär jetzt aber angehen. Bisschen weiter links, bitte. Könnten Sie bitte da hinten noch ein bisschen tiefer bohren? Vielen Dank. Haben wir hier zufriedigerweise überliegt? Nein, aber ... Ist auch gut. Neh mich auch. Ist auch gut. Neh mich auch. You ugly son of a bitch. Alles deutsch genug. Ähm ... Das probieren wir mal ganz kurz, Mordi. You ugly son of a bitch. You ugly son of a bitch. I've got old dogs. Ja, war ganz toll deutsch. Mhm, mhm. Was? Du hässliche Sonne einer Hündin. Ja, das ... das ... genau das hab ich verstanden. Down it goes! Ich weiß mal noch nicht, was eine ... ... Sonne ... ... einer Hündin ist, aber ... ... aber gut. Weil du dich ja nicht im Funken auskennst. Weil du dich ja nicht im Funken auskennst. Okay, äh ... ... wir lassen den Dreadword einfach nie? Ja. Der ist doof. Okay. Wollte du da sicher gehen? Aua. Au! Ja, das Aua geht auch ohne Dreadword offensichtlich. Okay, dann mach ich den eben. Red Sugar! Oh Gott. Geht los. Ah, es sind die zwei. Jupp. Die Rippsbrüder. Joach, da war cool natürlich. Jupps. Oh Gott. Tschüss. Unbeeindruckend. Dann können wir ja zuerst. Dann können wir ja zuerst. doch so jungs macht doch mal hin du warst nicht da ich müsste schon mal ein fahrer ich hause hat doch schon streng an damit der schneller putten guck direkt on point durch eine arschputtel und die perfekte kampfgegend hier nicht ich bin mir sicher da wird sich noch platz machen ja ich kann ja hier eine bombe platzieren und wir gehen schon mal raus ja kannst machen dann ziehe die bombe schießt drauf braucht ja noch moment bist du brauchst nicht auf schießen können einfach weg gehen komm weg komm weg ja weg platz hier ist platz mehr platz da drücke ich jetzt mal genau das hat er gesagt ich glaube er hat einfach keinen bock gehabt rauszukommen ach muss ich nur wo das ist aber ich bin jetzt in der Wenn ihr eine mit Lamm schießt, würde ich das blöder machen. Hast du die Schwierigkeiten gerade vereinfacht? Nein, da sind wir. Blechys Waffe ist immer so stark wie immer. Okay, das gebe ich zu, aber wir gehen. Der Kackinger Cactus, genau. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Das könnte schlimmer sein. Bin ich mir nicht sicher. Du siehst ihn doch. Ich hätte Wohnen gegessen. Ja. Ich war nah genug, um auch andere Dinge zu tun. Kielchen zum Beispiel. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube jemand ist tot. Nein. Ich glaube jemand lebt. 1,2,3,3,2,3,3,3,4,2,3,2,3,3. Das ist die Konfetti-Kanone, okay. Die Pose dazu ist sehr gut. Tada! Ja, zünd den Knaller. Das mache ich dann nach dem Stream. So kannst du direkt wieder neue Levels holen. Die zwei Missionen, die wir jetzt noch machen. Neue Levels. Ist ja gut. Dann schmeiße ich euch jeden fix raus. Oder du kannst behaupten, dein Charakter ist entlevelt und du kannst dir einen neuen raussuchen. Das wäre ja ein wenig unglaubwürdig. Wieso? Ist deine Definition. Oh, schon so spät? Dann stelle ich das Spiel mal auf durchgespielt. Okay. Ich habe hart gearbeitet für das. Congratulations. Ja, ja, ja. Congratulations, Skip. Nur weil du erwähnt hast, du wolltest vielleicht, wenn du durchgelevelt hast, einen anderen Charakter mal ausprobieren. Richtig, richtig. Das ist aber auch schon ewig hier. Eben. So, dann könnte ich euch hier wieder einladen. Ich wurde eingeladen. Jep. So, was war das jetzt für mich? Ah, das war so die, was ich noch bauen muss. Nee. Wisst ihr, was ich bekommen habe? Hm? Nee. Leichtere Fuel Tanks für den Flamethrower. Ja, das geht gut. Hallöchen King. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Äh... Ich habe aber für mich auch nur etwas gekriegt. Ja, es ist... Nie kriege ich etwas für diese Charakterklasse. Hallo? Für das Liesl-Level müsste ich eins auf Hartz IV machen, ne? Ah, okay. Deswegen passiert da nix. Ja. Wollt Hartz IV machen? Äh... Ja, dann, wir werden sehr schnell sterben. Moment. Ja, okay. Gibt es ein Bier? Ein Bier? Äh... Es ist... Es ist... Wir können Bier trinken. Doch... Doch mal schnell ne... Äh... Sterbensnachricht, ja. Äh... Ein... Ein Sterbenstrunk. Es geht mir gut. Papa Tag. Fast vorbei. Ah, ja. Ich kann... Ich kann noch ne neue Bierlizenz. Warte, dann mach ich mal. Ich geb mal eins aus. Das wäre aber dasselbe Level wie gerade eben, ne? Ja, 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 ja. Wobei bei dir zählt das irgendwie als Level? Bei mir nicht. Das ist jetzt, ähm... Die Mission, die Dex haben wollte. Ja. Er sagt mir trotzdem nicht, dass es für mich gelten würde. Also ich hab zwar auch Merk... Ähm... Sollte... Also auch du wirst angezeigt als, ähm... Das ist für dich. Sattdex. Äh... Sattdex. Steht hier. Ja, bei mir steht... Otterdex. Normalerweise hab ich immer, wenn's auch für mich ist, so... so ein blinkendes... Ähm... Logo, wie du es jetzt auch hast bei der Mission. Das hab ich nicht. Das ist krass. Also eigentlich sollte es für dich gelten, weil... Mir sagt das Spiel, es gilt für dich. Na dann. Ich würd ja nicht lügen. Ja. Sicher nicht. Äh... Oh, yeah! Was war das jetzt eigentlich für einer? Pizza und Gold. Pizza und Bier. Bleck wie dein Pizza-Bier wartet. Please, don't kick the barrels into the launch bay. Ja, ich bleib lieber nicht dann bei dem, was jetzt kommt. Nein! Ich... Sollte lieber vorher einen Trinken ertutzen. Ja, unser Klatscht übrigens immer noch. In der... In der... Dings. Seit wann ist das? Ich bin doch gar nicht drin. Das ist, glaub ich, das Spiel. Ach das... ach so. Es sitzt ja hier draußen. Ach das... was ist das denn? Ja... Ist das ein Bier, ja?